Norddeutscher Rundfunk 2021 Ja, wir sind total umweltbewusst. Wir sind jetzt komplett auf LED-Lampen umgestiegen. Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig. Unser Kapselkaffee ist jetzt auch fair gehandelt. Man muss ja die armen Bauern in Südamerika unterstützen. Ich nehme jetzt viel öfter den Bus zur Arbeit, wegen der Umwelt. Und zum Einkaufen fahren wir jetzt auch viel seltener mit dem Auto. Deshalb bestellen wir jetzt alles im Internet. Da gibt's ja eigentlich für alles einen Shop. Guck mal. Ha! Wir haben dieses Jahr auch schon für den Naturschutz gespendet. Ja, an den Nabu, an Greenpeace und an Robin Wood. Wir lieben die Natur. In den Urlaub fliegen wir jetzt auch viel bewusster. Ja, wenn wir übers Wochenende nach Mallorca fliegen, dann wohnen wir nicht mehr am Ballermann, sondern in einer Öko-Finka. Und Wasser sparen wir, wo wir nur können. Hier, will jemand? Zum Beispiel beim Abwasch. Heute bist du mal dran mit Abräumen. Wenn ich groß bin, will ich auch so umweltbewusst werden mit meinen Eltern. Ja. Ja. Ja.